Mit der exklusiven Kampen Bay bekommt der Nobelort Kampen nun seinen ersten Beach-Club. Im edlen Day-Lounge-Design und angelehnt an ein Schiffsdeck finden dort den Sommer über exklusive Events statt. Wechselnde DJs legen auf. Sylt-Gäste können ab dem 1. Juli täglich von 11 bis 22 Uhr kühle Drinks genießen und Leute treffen. Am Donnerstag bekam die Pop-Up-Bar ihren letzten Schliff vor dem Soft-Opening. Am Freitagabend die EM-Spiele werden übertragen. Jeweils eine Stunde vor Spielbeginn öffnet die Kampen Bay. Der Eintritt ist frei, zeigt sich das Sylter Wetter. Weiter von seiner sonnigen Seite wird sich die Kampen Bay sicher zu einem Hotspot auf der Insel entwickeln.